Europa ist für mich einfach zu Hause. Mein Name ist Traluka Prekup. Ich arbeite bei der DB Station und Service Nürnberg, hier direkt am Hauptbahnhof. Ich komme aus Rumänien. Ich bin hier als technische Projektleiterin tätig für Verkehrsstationen, die wir betreuen. Als ich 14 Jahre alt war, war ich für das erste Mal außerhalb Rumäniens. In diesen drei Wochen habe ich so viele neue Länder gesehen und dann habe ich gesehen, wow, Europa ist groß. Hier gibt es viel Geschichte, hier gibt es viel Vielfalt, hier gibt es viele Menschen. 500 Millionen ungefähr sind wir in der EU. Das Positive ist, wenn wir viele sind, dort sind auch Ideen. Und das heißt, wir sind auch stark zusammen. Und das ist dann auch der Grundgedanke der Europäischen Union. Wir werden uns beim nächsten Mal sehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schönen wir uns zum nächsten Mal. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Ich war angeragt. Tamyang. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.